Das Mädchen, das mit Bäumen sprach Das ist eine zauberhaft schöne Geschichte, super schön zum Vorlesen. Es geht um Olivia und Olivia ist ein sehr stilles, sehr belesenes Mädchen. Sie sitzt am Frühstückstisch mit ihrer gesamten Familie und der Vater hat wieder mal eine seiner großartigen Ideen. Er findet sie immer großartig. Der Rest der Familie ist da immer weniger begeistert, weil seine Ideen im Regelfall immer im Chaos enden. Er sagt aber, er möchte gern auf dem Grundstück genau gegenüber vom Haupthaus ein kleines Sommerhaus erbauen. Und dort sollen Grillpartys stattfinden und Sommerpicknicks. Und Olivia horcht sofort auf und sagt, wo genau soll denn bitte dieses Sommerhaus stehen? Und der Vater sagt, ja, hier genau gegenüber. Und dann sagt Olivia, etwa da, wo meine Eiche steht, denn in dieser Eiche, unter ihr, an ihr, über ihr, in ihr, liest Olivia total gern. Das ist ihre Eiche. Und sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Vater dort ein Haus erbauen möchte. Die Eiche müsste ja dann zwangsläufig weichen. Und der Vater sagt, ja, schon genau hier gegenüber. Und Olivia ist völlig geschockt und sagt, aber du kannst doch nicht, da ist doch meine Eiche, du kannst doch nicht da ein Haus erbauen. Und dann ist der Vater total, geht total auf sie ein und sagt, okay, pass auf, wir machen es so. Wir treffen uns zum Abendessen nochmal gemeinsam hier. Und wenn du mir in sieben Stunden sagen kannst, warum ausgerechnet diese Eiche dort stehen bleiben muss, dann werde ich meine Pläne für das Sommerhaus verwerfen und die Eiche bleibt stehen, wo sie steht. Und Olivia weiß gar nicht, was sie jetzt machen soll. Sie rennt erst mal völlig Tränen überströmt zu ihrer Eiche und krümelt sich dort in die Wurzeln, schläft ein und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Denn sie träumt von ihrer Eiche, als diese noch ein Sprössling war. Das ist nur eine von sieben zauberhaft schönen Geschichten, bis sie es eventuell schafft, ihren Vater endlich zu überzeugen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020